Wer hat damals eigentlich entschieden, wofür wir uns interessieren sollen? Waren es unsere Eltern? Unsere Freunde? Oder doch? Unsere Lehrer? Egal wer es war, wir sollten uns davon nicht aufhalten lassen. Wenn wir Träume haben, dürfen wir uns nicht auf andere verlassen. Wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Unserer Generation stehen alle Türen offen. Wir lernen, wann, wie und wo wir wollen. Egal wo wir gerade sind, wir können uns jederzeit mit anderen austauschen und weltweit lernen. Auch wenn wir getrennt sind, sind wir uns trotzdem nahe. Wir entscheiden über unsere Zukunft.